Ja, jetzt wollte ich euch mal mein Silvesterfeuerwerk zeigen und ja, dann fange ich mal an. Hier habe ich einmal dreimal China Böller 1, 80 Stück. Also hier sind 80 drin, hier sind 80 drin, hier sind 80 drin. Dann habe ich hier auch noch ein paar Ups, ein paar Knaller. Da sind auch noch einige drin, 1, 2, 3, 4, 5, 7 oder 8 Stück sind hier drin. Eine Knallkette, noch mehr Böller, noch mehr Böller, noch mehr Böller. Und dann habe ich noch eine Packung Raketen. Habe ich auch noch mit 6 Stück, hier sind 3. Und da unten sind auch noch mal 3, 6 Raketen. Dann packe ich das mal wieder weg. Das sind die neuen, die habe ich vorhin gekauft. Und das ist noch das vom letzten Jahr. und dann haben wir jetzt auch noch ein paar Kulturen. Und dann kommen wir jetzt mal an. Vielen Dank.